hallo hier ist der martin von meinem anki ist das die dachsanalyse für nun donnerstag den 20 10 2022 damit den letzten tag vom november verfall und bekanntlich sind die donnerstage vom november verfall meist die wo die meiste bewegung ist wenn man denn in der verfalls vorbewegung hat bisher sehr relativ ich sag mal schon ruhig verlaufen wir haben eine abwehrzwelle bekommen zum mittwoch in der sich der dachs aber spielerisch gezeigt hat deswegen hier das bild mit dem delphin wir hatten ja gestern eigentlich auch so drüber gesprochen hatten gesagt dass er von 49 auch deutlich reagieren kann auch bis in die 650 rein kann aber auch deutlich tiefer gehen also auch 370 wäre denkbar gewesen wir haben jetzt hier das gäbe nicht so ganz zugemacht hat aber von der tendenz dass er erstmal schon mal bestätigt was wir gesehen haben es ist auch klar erkennbare flacke könnte sogar eine politische verkeilung sein es ist ein schmaler grad dazwischen von daher muss man schon sagen alles was jetzt zum wir haben ja gestern gesagt unter 780 oder 800 würde ich eher auf der shortseite aktiv sein wollen hier würde ich jetzt wieder das umdrehen und sagen also wenn er jetzt wieder über 800 drüber geht über 780 800 dann bricht er jetzt selbst wenn es eine flacke oder wenn es sind keine deshalb bricht beides nach oben und würde sich dann diese fallende trendlinie hier als ziel machen die jetzt bei 12 990 etwa rumnotiert haben die war gestern auch bei 13 20 oder sowas jetzt über 12 990 das wäre dann bewegungs ziel wenn das wenn das hier nach oben auflöst und dem dort wird aber durchaus auch noch stehen da noch ein tief nachzusetzen also sollte der am donnerstag eher ja unten rumfummeln kann ich mir gut vorstellen dass er bis zu den amerikanern vielleicht ein bisschen bisschen naja ein bisschen flapsiger auf dem fuß ist und sich hier irgendwie noch ein bisschen was nach unten raus eiert das muss gar nicht so tief sein das sollte auch hier in dem bereich die irgendwo reichen einfach das und tief reinstellen dann grüne stundenkerzen mit amerikanern und dann ab nach oben und dann die flagge und den keil lösen das wäre denkbar sollte er ohne die amerikaner schon früh morgen raus starten und ihr richtig frohen mut ist raus springen kann ich mir gut vorstellen dass wir an den 99 rangehen von dort aber deutlich wieder abverkaufen und vielleicht sogar den tag wieder nahe der tageseröffnung dann schließen das würde auch sehr typisch auf einen donnerstag passen ja also rechnet mit ein bisschen hin und her entweder so rum oder so rum ganz egal wie er reinkommt guckt euch einfach die ersten minuten an dann seht er kommt er nach oben oder kommt er nach oben probiert er zuerst den 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 bruch hier oben raus oder will er hier noch das tief rein arbeiten mal unter die 600 station das würde eigentlich ganz gut ins bild reinpassen und könnte hier sinn ergeben die flagge einfach noch ein bisschen verlängern dass das ein bisschen schicker aussieht auf tagesebene muss man sagen sieht es ein wenig nach umkehr aus hier hatten wir ja auch gesagt das könnte gegebenenfalls ein pullback sein das heißt wenn er sich von hier jetzt runter dreht und auch unter die kerze drunter macht hätte dann schon eher abwärts risiken das besteht das ist natürlich jetzt hier ungemeiner als hier müsste man jetzt auch sagen alles was unter 6 85 geht es eigentlich short also eigentlich alles unter 47 ist schon short ja mit der kontakt kerzen kombi hier auch mit der möglichen abc wir hatten ja drüber gesprochen wenn der markt das richtig krass annimmt kann da hier sogar neues tief unten raus treten dann ist das abc gewesen und dann kommt jetzt hier neu neuer trendabschnitt wie hier oder wie hier und dann geht es noch mal nach unten das kann man jetzt stand jetzt noch nicht zu 100 prozent auslesen ja da muss man im verlauf dann gucken aber muss es auch nicht deswegen würde ich einfach sagen bei weiteren tiefs hier hätte ich erstmal noch ein bisschen short focus und wenn er natürlich oben raus läuft über 800 über 87 geht dann kann das freundlich werden dann kann das noch mal ein zweiter tipp an der linie werden vielleicht mal so ein kleiner ausflug darüber und das wäre für mich auf langen seite attraktiv aber dafür will ich auch über 800 sehen ja so damit wären wir soweit durch denke mehr brauchen wir gar nicht hier bequasseln wünsche euch viel erfolg am donnerstag gutes gelingen dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss Miller vertre além meine schöne GREEN neues kings go 까요 cor cor